Die Antwort liegt in den Telomeren. Die Telomere sind die Spitzen an den Enden unserer Chromosomen und sie steuern die Duplikation unserer Zellen. Diese Telomere sind so wichtig für unser Leben, dass viel darüber geforscht wurde und 2009 wurde der Medizin-Nobelpreis für diese Forschungen vergeben. Und so funktioniert es. Telomere regulieren die Duplikation unserer Zellen, die sich ca. 45 bis 60 Mal in unserem Leben teilen, je nachdem welches genetische Potenzial wir geerbt haben. Dabei geht es um die Stammzellen, aus denen alle weiteren Zellen gebildet werden, aus denen unser Körper besteht. Im Moment der Zeugung hat die erste Zelle, die sich zu teilen beginnt, etwa 15.000 Telomere-Einheiten. Bis wir zur Welt kommen, haben wir schon ein Drittel davon verbraucht, sodass uns für unser gesamtes Leben nur noch ca. 5000 Einheiten zur Verfügung stehen, denn wenn der Wert unter 5000 sinkt, sterben wir. Und diese 5000 Einheiten verkürzen sich bei jeder Zellteilung und durch die Angriffe von freien Radikalen. Die Telomere werden also immer kürzer und im Laufe der Zeit werden immer weniger neue Zellen gebildet. Ein neugeborenes Baby hat etwa 10 Billionen Zellen, ein Erwachsener ca. 100 Billionen. Für die Stammzellen ist es eine gewaltige Aufgabe, alle Organe und Systeme immer wieder mit genügend neuen Zellen zu versorgen. Bis zu unserem 25. oder 30. Lebensjahr funktioniert das ganz gut, aber man kann das Ganze mit einem Bienenstock vergleichen. In einem Bienenstock gibt es eine Königin und sie legt Eier wie verrückt. Es leben ca. 100.000 Bienen in einem Bienenstock, die nach etwa 6 bis 8 Wochen sterben. Deshalb muss die Königin unglaublich viele Eier produzieren. Doch wenn sie älter wird, legt sie immer weniger Eier und die Größe des Bienenstocks beginnt zu schrumpfen, bis die Königin schließlich nicht mehr genug Eier produzieren kann und stirbt. Mit den Telomeren ist es ähnlich. Die Telomere lesen quasi die Chromosome und wissen, wann es Zeit für die Zellteilung ist. Dann spiegeln sie einander, sodass es nach der Teilung neue Zellen gibt, die genetisch mit den alten Zellen identisch sind. So funktioniert es. Über unser gesamtes Leben verteilt, haben wir etwa 5000 Einheiten, die ständig weniger werden, bis zu dem Punkt, wo die Muskeln schwinden, die Sehkraft nachlässt, die Haare ergrauen und sich die Gehirnfunktion und der Zustand der Knochen verschlechtern. All diese Dinge geschehen, weil sich nicht mehr genügend neue Zellen bilden. Umwelt und Ernährung spielen auch eine große Rolle in diesem Prozess. Aubrey de Grey, ein führender Forscher über Langlebigkeit, sagt, dass Altern zu 90% durch die Umwelt und zu 10% durch die Genetik bestimmt wird. Tatsächlich ist unser genetisches Potenzial für das Doppelte der derzeitigen durchschnittlichen Lebenserwartung ausgelegt. Wissenschaftler, die das menschliche Genom erforscht haben, sagen, dass der Mensch ca. 125 bis 150 Jahre leben sollte. Aber wir altern viel schneller, weil wir uns nicht richtig ernähren und schädlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Wenn wir diese Probleme angehen, dann sollten wir in der Lage sein, viel länger zu leben. Die gute Nachricht ist, dass die Food and Drug Administration sagt, dass Altern keine Krankheit ist, sondern eine Bedingung, die sich mit der Zeit einstellt. Aber so muss es nicht kommen. Tatsache ist, dass die FDA nur Menschen befragte, die mehr als 100 Jahre alt sind. Dabei haben sie herausgefunden, dass all diese Personen lange Telomere haben und eine Reihe von Krankheiten nicht hatten, an denen viele Menschen schon in ihren 70er Jahren sterben. Noch ist manches Theorie, denn vor 5 oder 6 Jahren war noch nicht einmal bekannt, was Telomere überhaupt machen. Jetzt wissen wir, dass sie absolut unerlässlich sind für die Regeneration und Revitalisierung unseres Körpers. Die Wissenschaft befasste sich daher mit der Suche nach geeigneten Stoffen, die eine echte Unterstützung für die Telomere bieten. Wir bei CISL erforschen die Forschung und so stießen wir auf diese Stoffe und machten daraus ein neues Produkt namens TSX. Es ist ein bemerkenswertes Produkt, denn es fußt auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, indem es die Wirkstoffe aus der Pflanze Astragalus, die aus China stammt, und der aus Indien stammenden Bacopa verbindet. Beide Pflanzen liefern einzigartige Extrakte, die Baccoside und die Astragaluside. Sie sind sehr teuer, denn es bedarf ungefähr 6000 Pfund Astragalus, um nur eine kleine Menge an Astragalusiden zu erhalten. Doch weil wir selbst herstellen, können wir uns das im Gegensatz zu anderen Unternehmen leisten. Da uns die Produktionsanlagen gehören und wir alleiniger Eigentümer sind, müssen wir keine Aktionäre befriedigen. Außerdem sind wir komplett schuldenfrei und haben daher keine Kapitalkosten. Deshalb können wir diese konzentrierten und hochwirksamen Inhaltsstoffe in unserem Produkt verwenden und so eine intensive Unterstützung für die Telomere bieten, die spektakuläre Ergebnisse ermöglicht. In Tierversuchen haben Wissenschaftler nachgewiesen, dass diese Inhaltsstoffe in der Lage sind, Telomere zu unterstützen und Tiere zu verjüngen. So wuchs bei Mäusen das Fell wieder kräftig nach und das Gehirn, das altersbedingt bereits um 20 bis 25 Prozent geschrumpft war, vergrößerte sich wieder zu jugendlicher Größe. Auch die Beschaffenheit von Haut und Muskulatur verbesserte sich erheblich. Wie kann das sein? Durch die massive Unterstützung für die Telomere. Jetzt, da die Wissenschaft die Wirkstoffe gefunden hat, die solch eine massive Unterstützung der Telomere gewährleisten, haben wir sie genommen und eine neue Formel daraus entwickelt, TSX. Wir bei CISL sind uns sicher, dass sie dadurch spektakuläre Ergebnisse erzielen werden. Genau wie Mineralien und Calcium den Aufbau von Knochen und Proteine den Muskelaufbau unterstützen, gibt es Stoffe, welche die Telomere unterstützen. Wir haben diese wertvollen Stoffe und stellen aus ihnen unser Produkt her. Wenn sie ihre Telomere gezielt unterstützen, produzieren diese immer weiter viele neue Zellen. Was kann man mehr wollen? Sie können dadurch buchstäblich jünger werden und dabei wesentliche Verbesserungen erleben. Wir sehen bereits jetzt, dass mit diesem Produkt enorme Resultate bei Haut, Haar und Augen, der physischen Kondition und den geistigen Kräften erzielt werden können, von denen sie bislang nur träumen konnten. Die Menschen, die es schon nehmen, berichten jedenfalls von erstaunlichen Ergebnissen. Trotzdem, da es noch keine klinischen Studien gibt, müssen sie die Wirkung selber testen. Wir glauben, dass sie mit TSX in etwa 5 bis 6 Monaten sichtbare und fühlbare Resultate erleben werden. Vielleicht verbessert sich ihre Haut oder ihre grauen Haare wachsen wieder in der ursprünglichen Farbe nach. Vielleicht erleben sie ein Mehr an Energie oder ähnliche Dinge. All das kann TSX bewirken, denn es ist, davon bin ich überzeugt, die größte einzelne Entdeckung im Bereich der Gesundheit. Wenn sie etwas für ihre Telomere tun, dann gibt es noch eine weitere wichtige Sache, die sie tun sollten. Ihre Sirtuin-Gene unterstützen. Das sind die Gene, durch die sie aufgewachsen sind und die enorm viel Regeneration und Aktivität für ihren Körper leisten. Auch sie brauchen ihre Unterstützung. Wissenschaftler der Harvard University haben diese Gene ausgiebig getestet und auch im Hinblick auf die Telomere-Unterstützung erforscht. Sie haben eine Formel entwickelt, über die sie spektakuläre Aussagen gemacht haben. Nun, unsere Formel ist nicht mit ihrer identisch, doch wir können sagen, dass wir ein enorm wirksames Produkt namens Eternity entwickelt haben, das die Sirtuin-Aktivität in ihrem Körper unterstützen kann. Sicher, sie können noch hungern und so ihre Sirtuin-Aktivität steigern. Es gibt aber auch einen Ernährungsweg, der den gleichen Effekt erzielen kann. Und den stellen wir ihnen mit Eternity zur Verfügung. Eternity und TSX sind ein Anti-Aging-Duo, das wirksamer ist als alles, was es bisher gegeben hat und das die Kraft hat, sie buchstäblich zu verjüngen. Unsere Arbeit basiert auf dieser Theorie. Mit unseren Produkten wollen wir erreichen, dass Menschen sich immer wie mit 40 fühlen können. Wie würde es ihnen gefallen, wenn sie 60 oder 70 Jahre zählen, aber noch so aktiv sein können wie in ihren 40ern? Oder, wenn sie früher mit dem Programm beginnen, vielleicht sogar wie in ihren 30ern? Das Potenzial existiert und wir glauben, dass es eine große Chance gibt, es zu realisieren. Dafür haben wir TSX entwickelt, das jetzt verfügbar ist. Sie können es von der Person erhalten, die ihnen dieses Video oder diese Webseite gezeigt hat. Wir sind ein Empfehlungs-Marketing-Unternehmen und haben Vertriebspartner auf der ganzen Welt, die für sich selbst jede gewünschte finanzielle Freiheit erschaffen, die sie wollen. So können sie nicht nur lange Zeit bei bester Gesundheit leben, sondern haben auch noch die Ressenten.